Markus Pieper, Stern 15. Mai 1963 in Hameln, ist ein deutscher Politiker. Er ist seit 2004 Europaabgeordneter der CDU für Nordrhein-Westfalen und vertritt den CDU-Bezirksverband Münsterland. Im Europäischen Parlament ist er für die Europäische Volkspartei Mitglied im Ausschuss für Verfassungsfragen, stellvertretender Vorsitzender, und im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr. Pieper ist zudem parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Gruppe sowie und Mittelstandssprecher seiner EVP-Fraktion.